es ist ein anderes unterteil sich schon immer so gehabt ich hab die letzte mal ich hab dann letzte woche um die letzte mal zwei gespielt haben habe ich dann nicht umgezogen gehabt ich sehe keinen unterschied ich habe schon wieder nicht gesagt hat was auch gerade gesagt hat weil anders ist also gefragt ob mir was bei dir auffällt vielleicht war ich vielleicht war in der aufnahme die ich gerade gecheckt habe das war der weg ist auch gar nichts von meinem aussehen gesagt der weg ist aus der vergangenheit in der aufnahme ich habe gerade gehört so auf hätte was auch mein aufsehen aus ja ich habe meine ich habe die aufnahme gerade gecheckt dass er hat wahrscheinlich gesagt ich bin nicht verrückt habe ich meine maske da noch aufgeteilt ganz ruhig ich bin auch nicht die stadt des bluts in der staub findet das gefängnis rote gas der rot licht distrikt einmal mit allem bitte ich muss warten ich habe jetzt gar nicht mehr hier drinne darum müssen ich glaube die sagen uns wir sondern draußen gehen ich brauche mehr zeit mit so gut kollege jetzt mit der haus bei dir oder die ja nur locker bleiben leute mhm das war ich bin auch nicht bereit Oh, weh! Scheiße, da bist du nicht mehr sehen, ey. Er mag es ja durchzukommen. Da. Ganz ruhig, ganz ruhig. Er ist tot. Irgendwie sagt mir die Quest gar nicht mehr, wir sollen hier irgendwas machen. Oh, jetzt. Oh. Wo bist du? Bei mir ist der Tor noch unten. Ich bin aber durchgelaufen. Der Tor existiert nur ein Verstand. Wir sind hier bei den Gefängnissen. Ich wollte voll durch so eine Tür gerade durchstehen. Ja, bei Goldene deine Fähigkeit. Pass mal auf. Warte mal. Und Rainer. Nein. Wow. Wow. Oh, meine Schultern. Das wird rausgeschnitten. Okay. Das stimmt jetzt best of her. Ja. was ist wie dann schon entringen baldos geht ja 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 bei spiel sind sehr so ein dungeon und rings angelehnt das erste ball baldos geht wird vom bayer gemacht dass die leute diese masseffekt und so gemacht haben die republik ja die waren auch sehr so dann in den drängen mechaniken warum hat man nicht gespielt weil es da kein crossplay gibt oder so da war noch nicht oder war noch nicht rausgekommen ich habe sie sich für mich runden passiert aber es gibt nicht gibt es nicht für xbox deswegen gibt es auch wer weiß ob es dann überhaupt jetzt wenn das xbox gibt wer weiß ob es dann crossplay ja irgendein grund gab es irgendein grund war auch warum wir nicht gezockt haben wir wollten ja irgendwie gab es jetzt hier gerade xbox hat ein riesen league gehabt in größe die rede leute reden davon ist der grüße was wollen der größte league also ja ja ich weiß was gelieck ist der gaming geschichte soll die wollen ich weiß nicht was daran so noch mal noch mal neuere version die wollen noch mal ein neuer verbessert zwar richtig verbessert er jetzt nicht so weit wie weiß ich nicht die konsole noch mal neu erfinden und 2028 kommt eine ganz neun ganz neu das war erst mal voraus planst und die haben irgendwie vor nintendo zu kaufen also würden die gerne von der tendo gibt es auch wahrscheinlich dass nintendo dazu stimmt ich glaube ich für den tendern so augen die was habe ich auch immer gehört so ein neues switch oder so neue version neue switch irgendwie so keine ahnung ja da weiß ich genau die damit meine ich erst mal beschweren über mortal kombat switch wieso war es zu brutales schlechtes neue mortal kombat super erfolgreich aber die switch version ist total beschiss verpackt ohne ende dabei kostet dann fast zu viel wie das ganze spiel und dann finden die leute ziemlich anmaßend ich kann mir jetzt nicht vorstellen irgendwie so ein spiel wie mord kommen wir irgendwie weil ich schwer umzusetzen ist wie switch ist ein kampfspiel ist jetzt nicht so kompliziert ja die grafik sieht nicht so gut aus kostet fast so viel wie das spiel für eine richtige konsole da sind lauter bucks anscheinend die leute weniger ich glaube switch spiele kurzes kosten allgemein diesen in diesem blöden disken ja weil er hat nicht auf blu-ray ist ist wie die anderen konsolen ich kann mir nicht vorstellen wie so ein kampfspiel und diese schwerte programmieren ist er hat einen kreft gegenstand schluss es wird anscheinend wie es aussieht die zukunft von microsoft hat die konsolen in zukunft nur noch ohne funktionieren werden und er dass diese neue auflagen von ja also nur nicht mehr ich kann nicht er tragen physischer form kann ich mir nicht vorstellen naja die neue das wird anscheinend die zukunft von microsoft weil die sehr gute waffe neue raus die werden beide keinen diskaden spielen digitaler form raus bringen ich glaube nicht das hat gut am kommen wird ja das habe ich mir auch schon gedacht weil es gibt viele leute noch gerne irgendwie so sammeln und so ich dachte ich dachte er würde mich als nächster wie alles digital jetzt hat mich geschickt hat ja kein laufwerk die konsole wir werden sie bald sehen wir müssen über den markt ich kenne einen anderen weg er ist sicherer der alte gefängnisflügel er wurde vor jahren nach einem erdbeben versiegelt nach diesen erdbeben muss ganz lauter machen dich ja 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 ich bin der beste typ der welt ich weiß nicht wie dann auch von konsolen funktioniert mit dem mit der bedienung von disco und ich weiß ja wieder auf dem pc ist da kannst du für jeden irgendwie die stimme lauter und leiser machen ich habe jetzt auf maximum 200 ich finde das jetzt nicht wirklich vorher war das auf 100 das ist jetzt ein bisschen lauter aber das ist ein bisschen kleiner unterschied ich habe jetzt irgendwie ein bisschen mehr unter das spiel tut ich meistens übertönen wir müssen diese mal fertig machen mal auf meine schulter der golem hat ihr gezeigt wie es geht ich bin noch nicht wir schlagen uns durch und eiserne jungfrau die wir sind auch völlig so eine gefängnistür durch zu rennen ich fühle mich wie diesen ein asterix film wo blicks irgendwie durch die ganzen türen gerannt ist in der pyramide ja pass mal auf da gehen wir jetzt rein ich habe mal spaß das ist ein starker das ist ein starker das ist ein starker das ist ein starker Oh Zum weg Die pate steigt jetzt hier vor allem eine an den alle auf den punkten wo du jahre gefangen hast okay die knochenspur wir haben es geschafft meine hände zittern immer noch gibt mir einen augenblick ich habe das zeug fallen gelassen ja da kommt platz mehr aber sie wieder draußen ich dachte wir jetzt in der dungeon drin oder so hier oben kann dir nichts geschafft kriegen wir das pferd du bist zurückgekommen du hast gewartet dich in gefahr gebracht natürlich habe ich das du sture kuh wo sollte ich ohne dich denn hingehen hauptsache weg von hier ich muss zugeben ihr seid vom glück gesegnet bleibt stark sie müssen dringend in den palast es gibt einen alten fluchttunnel der eingang liegt in den nahen kavernen hinter einem alkohol mit dem kreuz des aufsehers und der weg ist frei es könnte schlimmer sein ich danke euch geht gut auf euch acht auf geht es gerade wogegen gefressen das bleibt besser unter uns wie sie am reit mal vielen dank hat inzwischen sequenz gestartet also ist mit der tante da geredet ja also nicht gerade gesehen ich habe noch als wir uns das erste mal trafen die beiden sind weggeritten auf dem pferd also verbinden mit lilith in die dunkelheit immer noch hier genau wie elias so die anderen beiden nach all den guten sind irgendwo gegen gerannt glaube ich habe ich vielleicht nicht einfach nur so gehört haben sehen noch ein schwer gewesen sein kleiner segen spricht mit dem am eingang der schlacht darüber da oben ist eine quest hier kann man ja schon mal annehmen ich glaube ich hätte löchert ruhe chef koch wie hinkommen braucht ihr etwas ich war am boden zerstört als ich hörte dass mein onkel in gulran umgekommen ist aber er hat mir gesagt dass ich seinen ring erben würde falls ihm etwas zustößt ich fürchte ich bin kaum in der lage mich zu verteidigen aber wenn ihr mich begleiten können zwei große und starke männer wie ihr wäre ich sehr dankbar meine familie hatte dort ein erkennt bestimmt habe ich um mein problem kümmern der alte mann war schon etwas paranoid wir treffen uns dort ich hoffe so dass er noch hier ist was schenkel muskeln wenn sie englische version davon und oberschenkel muskeln die englische version ist einfach nur so ein deutscher sagt ja von 10 die mann sind irgendwie weil nicht so muskeln und teils sind halt hier ja schenkel ja von 10 hier sind die entlang geritten bei mir gehen sonnen und teilen vom ende seines sohnes von donan erzählt dass er seinen sohn verlor in der stadt war habe ich über elias pläne nachgedacht welches der geringen übel er beschwören will was er gut an antat ist ein hinweis er hat es im blut getränkt das bedeutet sein ziel ist wahrscheinlich duriel oder an darien was macht das für ein unterschied duriel ernährt sich vom schmerz des leibes an darien bevorzugt die qualen des geistes wer auch immer es ist sollte elias erfolg haben werden viele weitere städte urans schicksal erleiden wir können nur noch hoffen dass er die beschwörung noch nicht abgeschlossen hat fertig er ist bestimmt schon fertig ja nicht wenn wir den aufhalten wir wissen dann auch wenn er schon fertig ist dann heißt es für uns ab nach hause ich sehe wieder aus sie wisst und typen alles spinne auf den kopf überhaupt kein fan und na klar er sport noch spinnen das war ein absoluter albt spinnen sind die hunde der natur so eine blutexplosion gestorben paragon punkt und meint if i do 5 prozent schaden des typs physisch ok nämlich ich brauche zeit um das zu tun noch gegen was okay ich dachte er hat eine knarre in hand ist das ein gewehr oder so sein land so komisch gehalten hat sind wir ja richtig genau wie jones beschrieben hatte bevor ich irgendwie noch andere frage stellen konnte die türe aufgegangen weil dort weggedrückt hast hört ihr das stimme warum wir hier brauchen mehr beute sein großes werk vollbracht hat welches werk ihr werdet schon sehen die samen die wir gesät haben werden früchte tragen uran wird neu geboren und damit ihre kraft wird uns unvorstellbar mächtig machen weg wir haben leben was er hat gesehen ja wie bist du ja gerade wieder ein bisschen leiser anscheinend doch jetzt höre ich nehme ich wieder klar dann ist das fortgeschrittene alter ganz kaum erwarten wenn es der daniel seine mit life crisis erhebt wird ja nur noch zuckerwatte das ist ja unter der dusche und frisst zuckerwatte warum löst es sich jedes mal auf wenn ich jetzt essen ist schon schlimm genug wenn ich zwei pizzer glücklich bin dann zwerg die statue sieht so komisch aus dass sie jetzt stürzt die statue von dem zwerg wir tun wir schon wieder der truhe ja zum ausgeben für zurücksetzen naja da ist irgendwie die einzige einzig wobei wir wieder spüren nicht richtig spielen wir müssen und sachen kaufen nein wir tun sind ja noch noch mehr geld legendäres schwert dann noch geil legendäres schwert ich muss mal ein paar sachen hier ich bin schon wieder voll geht ja gar nicht scheiße stimmt muss das hier drohe da brauche ich nicht genau ja wie nehme ich dann an hier links für mich jetzt wird hier hin zu also nicht zum inventar rüber gehen zum inventar rüber gehen er geht irgendwie nicht mehr ich muss ja die schulterknopf drücken mein inventar irgendwie ich drücke bei mir den schulterknopf dann bin ich im kannst du keine legendäres mehr in meinem wird anscheinend nicht da ich kann ich kann meine legendären sachen auch nicht anwählen naja geht es nicht was ist das denn dann müssen wir hat jetzt auch er so hat ruf gemacht alles wissen ich hätte auch ohne darauf ein nutella keks jetzt gerade habe ich hier stehen oder diese sind der nutella bis fit heißen die sehr gut und sehr tödlich ich muss machen sehr gut ich habe ich hatte eine packung kitkatz gerade eine regel habe ich noch übrig also breit hashtag kitkatz stehen gar nicht mehr kitkatz ich habe gesagt man stehen da stehen immer so hashtags irgendwie drauf jetzt ja da steht jetzt kitkatz und dann mal hashtag have a break ok für die für die kinder von heute ja ja lol 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 raufelmao lmau raufelkopter na ja unser letzter boss war ein bisschen knapp ja ja oh gott na 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 Lohra, fähl uns, die bringt uns um. Ja, der ist doch bei uns. Oh, mein Golan ist tot, ey. Auf sieh, auf sieh. Ja, die macht irgendwas. Ich hab nur noch einen Trank. Oh, Tränke, Tränke. Oh, mein Gott. Aua, aua, aua. Nein. Ich bin noch nicht bereit. Ah. Ah, nein, ich fall da raus. Ah, mein Golan ist wieder da. It's not bad. Ja. War eigentlich, okay. Ah. Ja. Ja, mein Golan ist schon wieder tot. Noch keine Tränke mehr. Oh, auf sieh. Nein, boah. Oh, Tränke. Ich hab nur noch zwei. Ich mach mal. Ich muss aufpassen, glaub ich. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ah, das ist die FALIZE. Ja, ich hab instruction ad, ey. always. Ja, ja. Oh, boah. Autsch Meine ahnen hilft mir auch sie Oh my god Ja ich hab kein trank mehr Ich brauche heilung, komm her du stück Oh god Oh tränke Ich bin auch nicht Auf sie meine Oh auf sie Oah Oh Oh No Oh 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 Der Kohlenz der steht immer wieder von alleine auf dem er gefällt aber der hat nur die hälfte seiner lebenskinder wiederkommt ich hatte gar keinen tränk mehr noch einen hatte ich glaube ich ja die kämpfe sind definitiv ein bisschen herauswartet ja daniel der muss schon zwei hände an seinem controller ja macht das mit mir auf dann bist du ja ich gucke mich hier hat noch nicht bereit da wäre es doch ein boss kommt ein archiv des verbotenen von elias höchstpersönlich kuratiert er muss vorhaben an dariel anderen aber seine nachforschungen hat er hier angestellt seht euch um vielleicht finden wir hinweise wo das stattfinden wird da habe ich ja ich habe gehört und in den dänen oder 2 in der nix hat den kodex da ich habe ein tagebuch gefunden ja hier ich bin auch nicht bereit ich bin auch nicht bereit ich habe nix aber wir müssen ja auch in gott suchen glaube ich ich habe das ja gefunden ich habe es total gefunden gekettet an das herz von uran ihr böses treiben wird nicht hier eingeschlossen bleiben es wird das land in leid ertränken das ist schierer wahnsinn das ist später ich konnte sie ihm nicht geben und so wandte er sich zu ich hielt ihn nicht auf ich ließ zu dass er das hier wurde jetzt haben wir die chance es wieder gut zu machen bevor die dinge noch schlimmer werden ja wir haben was wir brauchen die beschwörung findet im tempel im berg sie wo statt wir müssen einen ausgang finden wie ich alias kenne muss er für den ernstfall einen fluchtweg gehabt haben mittleres übel hinter dem regal das ist wohl das einzige was er von mir gelernt hat es ist aber ein buch untergefallen kollege versteckte aussicht punkt wir haben so eine orange ding es kommt da kann man jetzt sind wir hier in diesem komischen kolosseum wo es auch immer ist also was jetzt die chance dazu hatte wir müssen uns beeilen ok wahrscheinlich nicht mehr heute flüsterer flüsterer warte mal noch ja wir haben noch eine christi war abgeben können wir wir müssen für zur zur flucht des schicksals schicksal schicksal ich sage machen wir so lange waren feuerabend ja alles klar würde aber erst einmal hast du schon 2 paragon punkt und kriegt so seiten ja also bis zum zweiten punkt jetzt gerade in der mitte noch nicht aber ich gehe kurz davor dann auf zur akka bist du ja nicht noch hab mir das reflekt habe ich und in deinem so guten zustand aber wo ist meine jägerin sagt mir nicht ich habe sie auch verloren wie dem auch sei wisst ihr was das ist scheußliches kleines ding voller verderbnis hatte man einem aufseger der stippen gehört ich merke haben heute noch ein level bekommen ihr werdet ist für mich finde zum natürlich nur wenn euch etwas ich glaube er ist besessen so ein bisschen jetzt habe ich ein paar geranten bekommen oder der ist am harten stimmen meine taschen so vor ich kann so vier nicht mehr einstecken nein du sollst nicht dann einfach wenn du der brechen neue christ ja der sieht sehr vertrauenswürdig aus also nehmen wir mal mehr von den handel klar jäger den ich geschickt habe ist noch nicht zurück ob tot oder verspätet ich vermute der junge braucht unterstützung ich könnte mir helfen Blub.